Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Jetzt schneit's Millionen. Freitag, rund 20 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne. Beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zu NonSenf, Ihrer Corona-freien Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Nein, das Wort wird jetzt nicht wieder erwähnt in dieser Sendung. Wir wollen überhaupt nicht drüber reden. Hat uns ja fast schon die ersten zwei Adventswochen verhagelt. Warum sollen wir denn noch mehr Aufmerksamkeit dahin legen? Richten wir unsere Gedanken und Blicke doch mal auf die schönen Dinge im Leben. Auf die schönen Sachen, die es wirklich auch in diesem Jahr gab. Man muss etwas länger überlegen, das gebe ich zu. Aber wir hatten fantastische Konzerte hier von Künstlern aus nah und fern. Zum Beispiel Alexander Herzog und Vinzenz Heinze. Der eine ist Tenor, der andere Pianist. Und zusammen haben sie hier bei uns ein kleines, wundervolles Konzert gespielt. Freiwillig und das ganz ohne Geld. Einfach um zu sagen, uns gibt es noch. Und wenn Sie mal reinschauen wollen bei Sonntagabend TV, können Sie unter anderem diese beiden noch viel ausführlicher sehen, als wir das in der Kürze der Zeit machen können. Damit Sie einen kleinen Eindruck von den beiden erstmal bekommen, sind Sie hier mit Volare. Der Kürze der Kürze und 부� name auf der Kürze der Kürze der Kürze der Kürze der Kürze. Una musica dolce sonnava soltana per me, volare, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, penso un suono così, non ritorni mai più, mi diventano le mani e la faccia di blu. Poi improvviso venivora il vento rapito e incominciava a ballare nel cielo infinito. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, volare. Vincent Heinze am Klavier und Alexander Herzog Gesang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wundervolle Konzerte von Künstlern gab es in diesem Jahr hier bei uns im Fernsehzimmer durchaus schöne, durchaus aber auch ein bisschen traurige. Es waren alle Künstler freiwillig hier, es wurden keine Pianisten oder Tenöre verletzt bei den ganzen Konzerten hier und niemand hat Geld dafür gewollt, dass er hier spielen darf. Es war einfach ein Auftritt, den es sonst nicht gegeben hätte. Ich sage das böse C-Wort nicht. Wir hören lieber noch ein bisschen Musik. Hier ist Vincent Heinze am Klavier allein mit seiner Version von Totos Africa. I hear the drums echoin' tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12.30 flight, the moonlit wings reflect the stars that God meets about salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words or ancient melodies. You turn to me as if to say, hurry, hurry boy, she's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing but a hundred men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things you never hate. The wild dogs cry out in the night. So's the crow, restless, longing for some solitary company. And all that armor's to what's right. Shoes Kidimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seep to a court's deep inside. The front end of this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing but a hundred men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things you never hate. Oh, Pittsburgh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020